anhö das ist eine anhöhe und boden geradeaus spada aus spada aus das whatever ist warte mal wie mount und was zur hölle ich kann dich nicht weggraben ich glaube ich brauche mehr anschwung das ist schön du kannst gegen die wand fahren und die reifen drehen durch während du nicht in die pedale tritt und zwar vorne und hinter reifen warte mal warte mal was liest ich doch nach meinem kamera akku lp 6 6 oder habe ich das ist ein lp 8 ach das ist ein lp 8 ok wie mount lp 8 eigentlich sehe ich jetzt 100 euro dafür nicht unbedingt ein aber was war ich habe das nur gerade gesehen wie sie wie er ja ich glaube wenn dann würde ich ihn tatsächlich nehmen was sieht denn das hier bei den reviews aus einmal ganz kurz ich muss mir mal schnell kurz ein bisschen die reviews anschauen 1 sterne bewertungen bruder was los da willst du da willst du halt gucken warte ah hier ist die erste einsteine bewertung ähm ok wahrscheinlich werde ich mir es dann holen da gibt es soweit jetzt erstmal keine keine drawbacks was die mir gerade oder was ich da gerade gesehen habe und für für 20 euro oder so finde ich das halt schon mal gut schon nicht verkehrt. So. Dann lass uns loslegen. Los geht's. Da, da, da. Okay. So. Man muss aufpassen, hier liegt ein mieser Koffer rum im Ausgangsbereich. Ich weiß, den habe ich schon mal gesehen. Den habe ich auch schon gelootet. Oh, nice. Der, der dukt, ne, Alter. So. Ja, muss ich mir nochmal einen Dummy-Akku besorgen und dann halt nochmal ein entsprechendes Mini-USB-Kabel. Auch wenn ich dieses Mini-USB-Kabel relativ zügig dann wahrscheinlich, wenn ich dann meine Ausbildung starte, durch ein Type-C-Kabel ersetzen muss. Aber dann werde ich auch die Kamera ersetzen. Ähm, ja. Ich hoffe, dass ich dann den Live-Video-Modus einfach ausschalten kann. Wir ignorieren einfach das Viech. Meinst du das, was da gerade auf mich zu rennt, hör mal? Äh, alle. Okay, wir ignorieren sie anscheinend nicht. Nachladen. Ja, so geht's mir auch gerade. Wann hast du alle? Nee, einer ist ja noch. Der oben. Ein Schweber. Ähm, hier ist noch einer. Wo? Ich weiß es nicht, aber ich hab hier immer mal wieder im Bild gerade gehabt, dass ich rot und gelb und so. Der rechts ist ein Schweber. Und da hinten. Dann ist... Zwei Läufer. Ah, ein Zwei Läufer. Ähm. Halt, stopp. Das Spiel spiele ich gerade nicht mit. Ich muss mich mal eben hier verstecken. Hinter diesem durchlässigen Holzzaun. Und so ein, zwei, äh, Health Kids fressen. Mach du auch. Nur mal. Ja, mach dir mal. Keine Sorgen. Ja. Au. Achso. Geh ja mal in Deckung. Geh da mal in Deckung. Und... Und... ...deht. Oder nicht. Kannst du mich als Deckung gut nutzen? Keine Ahnung, ich nutze hier gerade einen fucking Baum als Deckung Sehr interessant Oh Junge, ich verballere hier gerade so viele Schüsse weil der angeblich nicht treffen will, Alter So, ich glaube, das war's Magst du mich re-weifen? Ich kann da nicht eh drücken Warte mal, soll ich... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Ich bin schon tot Ich bin... äh, ich sprint mal hier die 300 Meter da Jo Sprinter auch drücken hier So Ich hab nämlich... Ähm... Schuhe bekommen, die mich höher hüpfen lassen Ah Ich schick meiner Mama ganz kurz den Dummy-Akku Ähm... Und... Das Kabel, was ich brauche So... Es waren aber andere diesmal Ja, ich fahrs Ja, ich fahrs Die sind cool Und dann... Zwei... Naja, machen wir mal drei Meter Ähm... Mini-USB-Kabel Fünf Meter... Fünf Meter, Alter Ja, läuft bei euch Drei Meter sind voll und ganz ausreichend Drei... 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 so jetzt habe ich meiner mom die beiden sachen geschickt menschenskinos 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 ich sag's dir streaming 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 macht mich da noch am hammer finanziert sich halt nicht selbst ja ich gehe auch überhaupt nicht ran mit der prämisse sie selbst man schließt die tür ich lass dich mal hier die eine tür selber aufmachen die die nicht zugenagelt ist okay normales lager bei der deutschen hallo mein jungen du lässt mich die ganze zeit durch meinen blut durch wegen der klinik die lassen sich nicht looten ich hatte sie doch gerade eben angefasst gehabt bevor du hier drinnen warst hammer ich will nicht wissen wie im team du mit den healthkits geworden bist hat er gesagt ich glaube da sind eventuell ein paar ja ich habe hier gerade was gefunden ein kalender warte mal ja warte dann für den kalender ich gucke mir morgen oktober alter jetzt lass mich doch hier hoch junge was ist denn das oktoberfest weißt du gleich worauf die hier abfahren das was dieses jahr abgesagt worden ist ja das ist aber schon seit knapp mittlerweile zwei wochen abgesagt also ich meine es lässt sich ja auch erstaunlich scheiße kotzen mit maske weißt du die meine ja und auch erstaunlich scheiße saufen kann ich mir vorstellen keine ahnung könnte halt ein bisschen nach vlies schmecken aber da ich grundsätzlich nicht unbedingt weiß wie mir schmeckt ist mir das ein bisschen egal ich bin nämlich skambiert tränker ich bin nämlich skambiert tränker hallo bruder warum kann ich hier nicht lupen da unten war das haus mit dem c64 oh jetzt weiß ich ob mich da nicht lupen kann ich bin echt noch so nah dran ja weh scheint hier weiter ich will noch mal ganz kurz mir was angucken einen augenblick das hört sich jetzt vielleicht selbstverliebt an aber ich möchte mal ganz kurz auf meinem handy auf einem unabhängigen gerät mit einem vernünftigen bildschirm mal nachgucken wie meine facecam beleuchtung ausschaut ob das zu viel ist oder ob das zu wenig ist weißt du was ich meine das ist mein problem so die stanzen im mai hier schmach sogar extra mein ton tot ich hole schon mal mein fahrrad ja okay aber von der von der quali her geht das schon mal klar passt ja schon wirklich faktisch fast zum spiel die die helligkeit so finde ich finde ich jetzt aber auch gar nicht so schlecht so dann kann ich das hier wieder schließen äh warst du schon bei dem auto hier vorne warte 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 ich muss erstmal hier meine Hände zurückstellen äh ich war bisher noch bei ich war bisher bei noch gar keinem auto hier auf der straße was weiter hinten steht bloß nicht gegen das auto fahren ansonsten mache ich wieder einen 360 überschlag alter ja mein fahrrad mein fahrrad ich sag's gerade noch ich denke übrigens in die person die gerade noch zuschaut so let's go let's go aus auf der rechten straßenseite sie haben jetzt hier nichts erreicht toll wegen deinem fahrrad ist meins umgekippt hier ist übrigens nichts drin so nun dadurch dass sie hier alleine ach man kein loot alter hier steht so ne geile karte oh loot ach Junge wahrscheinlich ist sogar noch Sprit im Tank wahrscheinlich funktioniert auch noch bei irgendeinem Teil die Batterie ja moin äh da vorne auf dem Schlachtfeld steht einer ne ich muss mal kurz gucken wo wo war das scheiß da ist das Fernglas da stehen drei Stück Moment die ich sehen kann gerade Fernglas Moment Technik Sicht ah ich seh sie nicht oder meinst du die Autos nein da hinten stehen tatsächlich Viecher boah das juckt ja auch nicht dass ich da gerade aufgeballert habe warte 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 ist das bei mir einfach nur zu dunkel oder meinst du eine andere Richtung Richtung äh Westen eher so näher näher zwischen ein bisschen weiter südlich skill klasse äh Schwierigkeit leicht ja warte bevor du jetzt da rein sprintest das andere ist skill class b mittel what oh shit äh das ist noch ein class a ich dachte ich könnte es ich dachte ich könnte es ziemlich entspannt hier regeln weißt du und dann klatschen auf einmal neben mir so zwei drei Viecher auf Kampf gewonnen oder sind die bei mir ich glaube die sind bei mir stuck gewesen da hinten beziehungsweise was heißt stuck gewesen ich glaube die sind äh ich hab das nicht gesehen als die sich zu mir gemovt haben weißt du den meiner mhm oh der hat auch schon bessere tage aber dass hier die ganzen leichen auch so vergesst aussehen wo ist denn hier noch eine leiche hör mal mhm hier vorne ach da hier so naja der ist doch nur ein bisschen dreckig der hat sich einfach nicht richtig hinter den Rogen gewaschen aber ganz schön lange nicht ah mein Gott was meinst du wie lange der da auch schon liegt vielleicht kommt seine Mami ihm da ja auch nicht vielleicht kommt seine Mami ihm da ja auch nicht mehr helfen bei genau mein Punkt wie lange liegt er hier ja wahrscheinlich nicht so lange hast du dein Fahrrad in die Wand gefahren nee gut weil hier steht nämlich eins was irgendwie so halbwegs in der Wand hängt das wird wohl deins sein ja easy hör mal da hinten sind aber noch Gegner welche Richtung ah ich sehe sie moment kurz markieren oder kurz angucken was es ist ah sind zu weit weg der kennt er nicht da vorne bei der relay antenna ne das ist eine ja ah jetzt das ist einer Klasse B ein Läufer und das andere ist auch ein Läufer aber der ist mein ist der Klasse A ja ein Klasse A ein Klasse B das sind aber drei Viecher soll ich gerade sagen okay zwei Klasse A ein Klasse B ich sneak mich da mal ein bisschen ran ich versuche die jetzt nochmal ganz kurz weißt du ob es hier einen Bullet Drop gibt äh ich weiß es nicht aber nicht sonderlich hoch wenn ich pack da auch mal das Jagdgewehr auf die 1 das nur ein Schalldämpferd und kein Visier aber das stimmt ich habe ja nur ein Visier für die Teile ich kann dir echt nicht sagen ob es einen Bullet Drop gibt du das sind mehr als drei es sind mindestens fünf deswegen trete ich jetzt auch gerade so ein bisschen den Franzosen an äh den kannst du nicht mehr antreten nicht mehr lange dann trete ich ihn doch jetzt an ich wäre ja mehr für den Russen alles erstmal noch Familie Wodka Wodka Wollen wir uns über die Flanke? Nils da kommt einer über die Flanke Au Okay scheint offensichtlich zumindest auf relativ kurze Distanz keinen Bullet Drop zu geben zu Untertitelung des ZDF, 2020 Haben wir das erfolgreich geschafft? Anscheinend, das war eine Menge EP Hier hinten liegt noch einer Hier brennt so ein bisschen der Acker Ja, das habe ich schon gesehen Dadurch bin ich überhaupt erst auf die Viecher aufmerksam geworden Tatsächlich Was dann? Das hier ist Auf jeden Fall nicht ganz so gut ausgegangen Und ich muss das Visier von dem Teil runternehmen Dem geht es nicht mehr so gut Naja, aber der hatte noch Munition dabei Ja Ach, jetzt wurde ich nicht mehr Oh, nochmal 500 EP So, warte mal Ähm Fertigkeiten Ich habe immer noch keine Punkte, Alter Es hält mit den EP echt scheiße tatsächlich Also finde ich jetzt persönlich Lass uns mal durch die Wälder zum Punkt schlagen Ich wollte jetzt einfach zum Fahrrad laufen Ich schlag mich hier durch den Wald Bis gleich Oh lol Ja, moin Hast du geschossen? Ja Manchmal ballert das Automatgewehr einfach so rum Kommando Bunker Westland Und da müssen wir auch hin Ich bin in den Militärspielspunkt Westland Das ist wegen Da müssen wir hin Shut up and sit down Das ist wegen der Wälder zum Beispiel Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020